Ich habe noch nie vor Wut einen Gegenstand zerstört. Was war es, Franz? Ich brauche dazu gar keine Wut. Das machen wir manchmal einfach so. Was ist kaputt gegangen? Alles schon. Jetzt nach einer Bobfahrt oder wie muss man sich das vorstellen? Auch einfach mal so. So ein Helm ist schon mal kaputt gegangen nach einer Bobfahrt. Kann passieren. Ich bin noch nie nackt in einen Hotelpool gesprungen.